Erstmal muss man sagen, diese Steuerreform ist sehr wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Und wir müssen am Ziel kommen, selbstverständlich nicht auf jeden Preis, aber die Lösung, die heute auf dem Tisch ist, von der Ständerat ist eine gute Lösung. Handelsschweiz unterstützt diese Kompromisse, die Idee der AV, also ein Teil der AV-Revision, die nötig ist, mit einzubeziehen, ist eine gute Idee und erlaubt eine breite Kompromisse, politische Kompromisse zu erreichen und erfolgreich von der Volk höchstwahrscheinlich zu werden. Im Handeln finden wir sehr viele KMU. Die KMU werden mit dieser Steuerreform weniger Steuerzahlen müssen. Und das ist der Vorteil, ganz konkret. Es ist klar, die Großkonzerne, die Vorteile vorher haben, werden diese Vorteile verlieren und die KMU und die mittleren Unternehmer werden Steuervorteile haben. Wir machen eine Steuerreform, weil wir wollen OCD-konform werden. Und das ist der Hintergrund. Auf der anderen Seite wollen wir sorgen, dass die KMU weniger Steuern zahlen und dass jeder Unternehmer in der Schweiz die Spießen gleich lang sind. Und das ist der Hintergrund. Und das ist der Hintergrund.